So, dann wollen wir mal wieder in Deutschland, gegen die Ukraine, los geht's. Anschluss. Die Fieber gehören einfach dazu. Sozusagen der ultimative Kick für einen Kielverlager. Der Kampf ist in europäischen Titeln. Wir warten alle ganz gespannt auf den Startschuss für das Eröffnungsspiel dieser Gruppenphase. Jetzt werden die Nationalwünsche gespielt. Die Spieler sind auch fortgeschritten. Wird keine Herausforderung, aber schauen wir mal. Wir müssen die Realistik hergemacht werden. Und jetzt folgt die Nationalhymne des Kontrahenten. Die Nationalhymne des Kontrahenten. Die Nationalhymne des Kontrahenten. Die Nationalhymne des Kontrahenten. So, sieht sie also aus. Die Aufstellung. Willst du es? Der Ball rollt. Corona, verdammt. Oh, ey. Geh doch da ran. Oh, fack, 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 fack. Und er ist zur Stelle. Randa, Mann. Ob den jemand bekommt? Jawohl. Müller. Mario Götze. Oh, Mann, Alter, wo sind die Zeit hier? Oh, fuck you, ey. Mann. Oh, scheiße, ey. Oh, scheiße, ey. Komm, Randa. Scheiße. Komm, kick weg. Komm, kick weg. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung war schlecht. So darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. Oh, scheiße. Komm, schieß doch! Oh, Mann! Konoplianka, Rakicki, hier ist Celesnev, Mario Götze. Mario Götze, in einer für ihn ganz undankbaren Situation, er steht mit dem Rücken zum Tor, aber daraus was zu machen, das ist schwierig, vor allem wenn die Verteidiger so gut aufpassen wie hier. Oh, meine Flesse. Langer Abschlag vom Keeper. Mats Hummels ist zur Stelle und entschärft die Situation. Celesnev... ... 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 die Gasse zu spielen. Der Ball kommt durch. Da geht er durch. Nein. Boah, wei, Alter. So was nenne ich einen Traumstart. Ein Sieg am ersten Tag ist eine gute Ausgangsbasis für ihre große Mission. Na also, so stellt man sich das doch vor. Ein Sieg zum Auftakt der Gruppenphase und natürlich die Hoffnung beim Anhang, dass sich das jetzt fortsetzt. Boah, krass, Alter. Fortgeschrittene ist schon hardcore, Alter. Auf geht's. Zur nächsten Rüben. Haut rein. Bis dann.